hallo jetzt mal was fürs archiv wenn man drei leds in reihe betreiben will mit einem 1,2 volt akku dann geht das mit so einer action for free schultiefschaltung ganz gut müssen halt genug windungen drauf sein das ist das a und o ich hatte es vorher mit mit der version probiert da hat es nicht geklappt also da muss man schon genug magnetfeld aufbauen dass da was zusammenbrechen kann damit er ordentlich zurück schneitzt und dann die spannung hoch geht am output in dem fall ist es am output noch einen 10 volt kondensator parallel dazu gekommen weil das sind farbwechsel leds ansonsten würden die dann nur in dem rot ton stehen bleiben für normale leds ist der zusatz kondensator da nicht unbedingt nötig und dann zieht das ganze summa summarum hier steht es um die 5 milliampere also 5 milliampere bei 1,2 volt das finde ich schon ganz in ordnung kann man schon so lassen dann wird es auch möglich dass man mit so einem ganz winzig kleinen solar panel hier wo ist es denn seht ihr das mit so einem kleinen winzigen solar panel das ganze ding dann auch noch gut bei laune halten kann so schaut es fertig aus naja für 1,2 volt und 5 milliampere ausreichend würde ich sagen ist schon ganz nett doch kann man lassen also kommt man dann so mit einem 2 ampere stunden akku 2000 durch 5 und das sind dann die stunden wie lang es leuchtet ohne dass es mit solar nachgeladen werden muss und dann gäbe es ja die option noch dass man den akku hier unten nach lädt so seid ihr im bilde wie man so eine ansteuerung machen kann bis bald